Kaporta 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 stammt aus dem Grieko Kau und Toa und heisst Tor des Südens. Es liegt in unmittelbarer Nähe zur Festung und ist einer der Zugänge zum historischen Zentrum. Ehemals schützte es zusammen mit den Wehrmauern das Zentrum vor möglichen Angriffen. Kaporta Oben steht die ehemals gut lesbare Aufschrift, dem Video in Opiafa. Das heißt, der Neid führt zur Verarmung, die den Besuchern noch heute empfiehlt, nicht auf die Weermauern und die Stadt neidisch zu sein.